Hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Auswärtsspiel bei Arminia Wielefeld. Zum ersten Teil, ich begrüße dazu ganz herzlich unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Frank, ich darf dich eingangs bitte um dein Fazit zum Spiel bitten. Ja, bevor ich dazu komme, möchte ich jetzt nochmal Arminia und Uwe insbesondere die allergrößten Glückwünsche aussprechen. Wer Meister wird, wer aufsteigt, ich glaube mit 10 Punkten mittlerweile oder Vorsprung auf den Tabellenzweiten, der hat es mehr als verdient. Und das haben wir heute zu spüren bekommen. So in den ersten Minuten habe ich gedacht, okay, unser Plan könnte aufgehen. Aber mit dem 1-0 und vor allem mit dem schnellen 2-0, ja, ist unser Plan dahingehend nicht mehr möglich gewesen. Weil wir hätten eigentlich noch mehr Risiko gehen müssen, als wir ohnehin schon gegangen sind. Das ist uns um die Ohren geflogen heute. Haben dann Glück gehabt, dass bei den zwei, vor allem bei den zwei gravierenden Ballverlusten, dass es nicht noch 3-0 und 4-0 steht durch Vogelsammer und Kloß. Und natürlich war es dann so, dass unser Blick dann auch nach Hamburg ging. Das haben wir uns zwar anders vorgestellt, aber wir mussten dann schon auch wissen, wie es auf einem anderen Platz aussieht. Weil unter Umständen, wenn wir zurückkommen in der zweiten Halbzeit, ein Unentschieden dann auch reichen kann. Aber ja, symptomatisch ist es 3-0, wir verlieren den Ball, laufen den Konter, Amina spielt es perfekt aus und das Spiel ist eigentlich vorbei gewesen. Dann gab es nur noch eine Möglichkeit für uns, auf dem dritten Platz nach der Saison zu landen, nämlich dann, wenn Sandhausen am Ende das Spiel gewinnt. Da möchte ich mich herzlich bedanken. Das hat uns ermöglicht, mit ermöglicht, dass wir am Ende Dritter sind. Natürlich, wenn man dann Dritter ist und in die Relegation geht, dann stellt man sich so ein letztes Spiel in der regulären Saison ganz anders vor. Und deswegen gibt es zwei Sichtweisen, die man heute auf das Spiel, auf die Situation legen kann. Wir können sagen, okay, wir haben heute 3-0 verloren, verdient und waren chancenlos. Dann ist es schwierig, die Argumentation Relegation zu haben. Oder, und so mache es ich und so machen es wir alle, es war der 34. Spieltag beim Tabellenführer. Und wir haben uns das verdient, über die ganze Saison eben diese 55 Punkte zu holen. Und daran sollten wir uns jetzt auch aufziehen. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man vor so Relegationsspielen, was für uns Neuland ist, wo die Uhren auf Null gestellt werden, wenn man dann auch mal richtig einen auf den Sack bekommt. Das ist heute passiert und da braucht jetzt sich keiner lang cremen. Das lag insbesondere heute am Gegner und wir haben aufgezeigt bekommen, wie und was wir besser machen müssen. Dafür haben wir ein paar Tage Zeit. Und nochmal, wir freuen uns und sind auch ein Stück weit stolz, dass uns das gelungen ist, nach den vielen Wechseln, auch gerade im Offensivbereich im Sommer, dass wir es wieder geschafft haben, wieder die gleiche Anzahl der Punkte zu holen, die für den dritten Platz und den Relegationsplatz berechtigt. Und das ist außergewöhnlich für uns. Aber natürlich, wenn man jetzt diese zwei Spiele hat, dann sagt man nicht, wir gehen da mal rein und gucken, was passiert. Wir wollen die Sensation, wir werden alles dafür probieren und wissen auch aus eigener Erfahrung aus dem Pokal, dass es natürlich gegen Spielstarke Bremer extrem schwierig wird. Aber die Spiele müssen jetzt erstmal gespielt werden, aber wir müssen auch mal kurz durchschnaufen und uns dann in Ruhe vorbereiten und vor allen Dingen dann am Donnerstag in Bremen möglicherweise dann auch ein ganz anderes Gesicht zeigen. Amina, nochmal Uwe, alles Gute auch für die Bundesliga und bis bald. Danke, Frank, für diese erste Einschätzung. Dann kommen wir zu den eingereichten Fragen der Journalisten im Stadion an dich. Timo Lämmerhirt von der Rems-Zeitung fragt, kann man dieses Spiel beiseite schieben und sich über das Erreichen der Relegation nun richtig freuen oder schmälert das Spiel? So, da haben wir es jetzt wieder. Es ist mir klar, dass es kommt. Bei uns ist leider das Glas meistens halb leer auf der Ostalb und Umgebung. Ich habe es gerade, glaube ich, beantwortet mit der Frage, man könnte es so sehen, tun wir aber nicht. Wir haben uns das verdient als Tabellendritter nach der Saison. Keine Phrasen jetzt, dass die Tabelle nicht lügt, sondern ich glaube, dass wir über weite Strecken viele Dinge gut gemacht haben. Wir haben fünf, sechs Mal unsere Leistung nicht gebracht, aber eben oft genug so, dass wir diese Punkte geholt haben. Und deswegen ist dieser Gedanke mit dem Spiel heute, der ist ganz schnell verflogen. Wenn ihr mich in Post von den Allener Nachrichten fragt, inwieweit wusstest du zeitnah von den Geschehnissen in Hamburg? Also vorgehabt habe ich es überhaupt nicht, aber wenn es nach 17 Minuten 2-0 steht, dann ist es wichtig, dass man informiert ist. Und es war eigentlich nicht minütlich, aber Alex Raaf, unser Teammanager, habe ich dann informiert, wenn sich was verändert hat. Dementsprechend wusste ich immer, wie es in Hamburg steht. Dann fragt Thomas Jenscher von der Heidenheimer Zeitung, was schickst du an Uwe Koschinat? Herr Koschinat war das das Dankeschön für das 4 zu 2 über Ingolstadt damals. Was ich ihm geschickt habe? Was du ihm schickst? Eine WhatsApp habe ich ihm geschickt. Dann Markus Bark von sportschau.de. Wie bewerten Sie die psychologische Situation in der Relegation, vor allem im Vergleich zu heute? Ja, heute war 34. Spieltag der Saison. Auch die Frage habe ich schon beantwortet. Noch mal, dann gibt es eine Tabelle und die zählt dann und da sind wir Dritter und deswegen gehen wir in die Relegation jetzt. Da freuen wir uns tierisch drauf. Das ist unglaublich, dass wir das diese Saison geschafft haben, aber jetzt zählt weder das 0-3 heute noch das 6-1 von Bremen gestern. Lass uns überraschen, was passiert am Donnerstag und dann kommenden Montag. Danke Frank, danke für die Fragen und damit sind wir am Ende des ersten Teils der Pressekonferenz. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Pressekonferenz nach dem letzten Saisonspiel des Zweitligameisters und Bundesliga-Aufsteigers Arminia Bielefeld im schönsten Stadion der Welt in der Schüko-Arena. Herzlich willkommen, Meistertrainer Uwe Neuhaus und dein Statement bitte. Boah, ja, muss man alles einordnen. Also diese Leistung heute noch mal am 34. Spieltag gegen Heidenheim, die hat mich schon wirklich, wirklich beeindruckt. Das ist eigentlich gar nicht mit Worten zu beschreiben. Also die Mannschaft hat ihren absoluten Charakter heute noch mal auf den Platz gebracht, hat überragenden Fußball gespielt. Der Frank hat es glaube ich gerade auch gesagt, wenn es ein bisschen schlechter noch für Heidenheim läuft, dann wird es noch mal höher. Wir haben von Anfang an überragend Fußball gespielt, wir haben schnelle Tore gemacht und dann haben wir Heidenheim laufen lassen. Natürlich auch Glück gehabt bei dem Abseits-Kopfball-Tor. Ich glaube Kleindienst war es, weil Heidenheim ist schon eine Mannschaft, die immer an sich glaubt, die immer wieder dann auch über die Zweikämpfe, über ihre Kompaktheit versucht, den Gegner in die Knie zu zwingen. Eigentlich hatten wir heute diese Chance nicht, weil wir es viel zu gut gemacht haben und das freut mich sehr. Und ich bin absolut stolz auf die Mannschaft. Vielen Dank Trainer. Jetzt kommen wir zu den Fragen von Jens Brinkmer vom Westfalenblatt. Herr Neuhaus, wie stolz sind Sie auf die Leistung der Mannschaft hinsichtlich der Tatsache, dass sich manche Mannschaften, zum Beispiel gestern in der ersten Liga, nicht sonderlich anständig verabschiedet haben? Ich habe mir keine großen Sorgen gemacht und ich habe es ja auch gerade gesagt, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin. Die Mannschaft hat einen tadellosen Charakter und deswegen auch nach Karlsruhe gab es ja auch nach einer 3-0-Führung, wie kann man nur, das sind normale Spiele, wie sie passieren, ob jetzt der vorletzte Spieltag ist oder der zweite, das spielt keine Rolle, wenn eine Mannschaft alles nach vorne wirft, dann zwei Elfmeter gegeben werden, dann kann auch so ein Spiel passieren. Heute hätte es im Grunde genommen nach dem 2-0 dann auch so sein können mit dem Anschlusstreffer, dass das Spiel nochmal kippt, aber wir haben heute eine Dominanz gezeigt, die beeindruckend war. Noch eine Frage von Jens Brinkmeier. Wem drücken Sie in der Relegation zwischen Bremen und Heidenheim die Daumen? Ja, ich habe gerade dem Frank natürlich gesagt, dass ich ihm die Daumen drücke und dass sie uns folgen sollen. Ich glaube, dass in den beiden Spielen alles möglich ist, dass die Chancen wirklich 50-50 verteilt sind. Das wären zwei völlig andere Spiele. Heidenheim hat es gerade auch im Pokal immer wieder bewiesen, dass sie zu allem in der Lage sind. Also ich glaube, das ist ein offenes Rennen. Philipp Kreuzer von der NW fragt, wie wichtig ist im Hinblick auf die neue Saison 2020 bisher weiter ungeschlagen zu sein? Ja, ich glaube schon, dass es das ausmacht, dieses Gefühl mitzunehmen, jetzt in die Pause, in den Urlaub, sich dann wieder zu treffen, vielleicht den einen oder anderen Neuen dabei. Wir werden mit einer überragenden Atmosphäre in die Vorbereitung gehen. Das ist Fakt. Und dann werden wir Testspiele haben. Dann müssen wir natürlich schon direkt auch gute Leistungen zeigen, um das Gefühl weiter zu transportieren und mit in die Meisterschaft zu nehmen. Was dann darauf folgt, kann ich heute noch nicht sagen. Noch eine Frage war, was ist Ihre Erklärung für die heutige Überlegenheit Ihrer Mannschaft? Das ist ja nicht das erste Spiel, das wir so spielen, dass es nicht immer glatt 3-0 ausgeht und dass der Gegner auch irgendwo mal ein Rezept findet, uns den Ball dann schon zu klauen hinten, weil das ja nicht ganz ohne Risiko ist. Das kommt auch wieder, das wird auch in der Zukunft vorkommen. Gerade in der ersten Liga, wo uns noch mal mehr Qualität erwarten wird, müssen wir damit in der richtigen Dosierung umgehen, dass wir den Mut haben, der muss immer da sein. Die Lockerheit in der ersten Liga wird vielleicht nicht so wie heute sein, wo der ganze Druck weg war, wo wir nichts mehr verlieren konnten außer dieses Spiel. Das müssen wir erreichen, dass das in den Köpfen drin ist, dass die Mannschaft wirklich sehr, sehr guten Fußball spielen kann. Und dann ist es auch egal, gegen welchen Gegner man spielt. Wir haben die letzte Frage von Holger Schmidt von der dpa. Ihre Mannschaft hat sich auch nach dem feststehenden Aufstieg als sehr charakterstark und geschlossen präsentiert. Inwieweit muss man aufpassen, dieses funktionierende Gefüge nicht durch zu viele Neuzugänge auseinanderzureißen? Ja, das ist ja eigentlich immer ein Thema, was man berücksichtigen muss. Ich glaube, dass die Mannschaft wirklich charakterstark ist, dass wir bei der Verpflichtung von neuen Spielern natürlich auch alles im Vorfeld unternehmen, um möglichst viele Informationen auch über den Charakter des Spielers, die Teamfähigkeit des Spielers oder der Spieler zu bekommen. Das ist auch klar. Das hat uns gerade für diese Saison, im Vorfeld dieser Saison, sehr gut getan. Ich glaube, dass wir keinen Fehlgriff hatten in dem Punkt. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was wir für die nächste Saison berücksichtigen müssen. Vielen Dank, Uwe. Das war es mit den Fragen. Dann war das die letzte Pressekonferenz der Saison. Wir sehen uns wieder tatsächlich in der Bundesliga und freuen uns sehr darauf, hier dann in der nächsten Saison in der Schüko Arena dann ein aufregendes Abenteuer zu erleben. Bis dahin bleiben Sie uns treu und noch eine schöne Sommerpause. Dankeschön.